Ich weiß nicht, bei irgendeinem hat das gerade... Ja, bei Marcel dann, bei Simon. Oh, warte mal, ich muss meine Mucke noch ausmachen. Alles klar. Aber Hüppi, zu der Problematik mit den Karten im Deck, ne? Also dein Deck war da um einige schlimmer. Lass mich die ganze Zeit mit den Karten ziehen lassen. Also ich meine, da konnte ich jetzt kaum noch abschätzen. Das ist... Irgendwie Teamspick mit dem einloggt bei ihm. Chris steht rum. Ja, weil ich die Audio ein wenig... Hast du immer noch den Favoriten hinzugefügt, den Server? Ne, ich bin ja das nur Smurf und da hab ich den nicht in den Favoriten. Ja. Oh, der schießt ja echt auf mich. Danke, dass ich noch lebe. Was macht ihr beiden da? Die beiden beschießen sich. Baba und Hüppi beschießen sich. Oh, was war krass. Ups. Baba schießt auf jeden. Ja, Marcel hat... Aber wir sind doch ihr dazu führt. Ja, Marcel ist jetzt Marcel ist... Baba hat auf euch geschossen. Seid ihr behindert? Hallo, Marcel ist es. Hüppi, mach Marcel weg. Bin's irgendwie? Geh mal weg von mir. Marek, bist du schon drauf? Du mieser... Er lebt noch, er lebt noch. Was, er lebt noch? Ich dachte, du wärst es. Ja, ich bin jetzt drauf, Bade. Sehst du mich an? Ja, ich lade dich gerne. Hä? Danke. Oh, nicht nachdenken. Wurde hart gena... Wie häh? Hä? Ist das passiert? Hä? Ich meine ich, ja? Ach, hei. Wie geil, da war einfach ne Tonne. Und... Was? 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 Ich hab dich jetzt... Ich hab das nicht geschafft, Alter. Hat man gemerkt. Vor allem, Marcel, ich wusste, dass du das ausnutzen und auf uns schießen willst. Oh, hab ich jetzt nur Punkte? Ich hab einen Traitor getötet. Chris, du bist so schlau. Ich bin Sherlock hier. Du hast einen Traitor getötet, alles klar. Aber jetzt mal wieder... Ich hab einen Traitor getötet. Niggas! Oh, Bussi, ich röbe mich zurück, Alter. Ja, ne. Wir können nicht... Was, Chris? Chris! Warte... Hast du auch ne Negas? Ja. Machen wir gleich nen Traitor battle? Wir sind überhaupt zu sechst. Ja, wir sind jetzt zu sechst. Also, serious spinnen, ja. Also, wollen wir das jetzt machen, oder nicht? Nee, komm. Na gut, ne sonst flippt Marcel wieder aus, dass wir einfach random irgendwas töten. Random kill! Hallo! Äh, ne. Buh! Wow! Oh nein! Ich habe mich ja so erschrocken! Dupy, wo bist du? Hä? Warte, was? Ich hab gerade Bader gesehen. Ich auch! Aua! Da ist Baba. Ne, Baba ist langweilig. Was? Mama... Atzah! Ja, wo ist der Schaden? Jetzt habe ich insgesamt elf Schaden. Baba! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, geh mal weg da. Nee, lass das mal sein. Wo ist denn denn, Marek? Nee, das ist Baba. Baba! Los kommt, Duell! Einen Moment, close range mit einer Schottie gegen... Nee, verpiss dich. Geh weg von mir! Marek, verfolgt mich! Warte, ich bin hier hinterher. Oh, der ist noch mal weg. Oh, der ist noch mal weg! Oh, der ist noch mal weg! Oh, der ist noch mal weg! Oh, der ist noch weg! Warte, wo ist Baba? Warte, wo ist Baba? Meine Bader ist noch weg! Nee, 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 nee. Warte, kommst du mit Baba suchen? Baba ist bei mir! Baba ist bei mir! Wo bist du denn, Chris? Wo bist du denn, Chris? Äh, der ist... Der läuft jetzt die Treppe runter zum Cyper-Spot. Alles klar. Nee, 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 nee. Lauf dir mal hinterher. Ich folge. Haben wir mal hier Entenmarsch? Jetzt weiß ich nicht, ob die Leiter hochgegangen ist. Ja, ist die Leiter hoch! Nee, 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 nee. Marek, 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 Marek ... Es ist schwer mein Name! Marek, ähh, Marek, Marek, immer noch Marek. Also Baba ist relativ leicht zu schnell. Dann würdest Du sagen mein Name? Hallo, Marcel machst du auch mit? Baba! Na komm, Melone. Holt die Melone raus! Boah, ich geh mal hinter, ich muss hier nicht hin und jetzt go! Wo ist Baba hin? Ich hab Baba auch noch an! Ich bin nicht mehr zu sehen! Mach's auf dir, Ton! Pah, hier sind jetzt alle! Nee, jetzt ist langweilig. Baba, du hast dich versaut. Boah, es wäre jetzt schon geil, wenn ich mir hinterher gerannt wäre. Ich wäre um eine Ecke gerannt und wäre ein Fass gewesen. Hallo Baba! Können wir das hier treffen? Hallo! Ja! Baba! Oh Gott! Baba! Nee! Ey, nicht auf mich schießen, ja? Dann geh weg! Ich mag in deiner Nähe sein! Ich aber nicht! Tanz, 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 tanz! Los, tu es! Loll, sorry! Baba es hört, weil ich ihm ins Bein geschossen hab. Wieso schießt du Baba einfach ins Bein? Weil ich wollte, dass er tanzt. Weißt du? Er hat einen Fähigkeiten gemacht. Das ist bestimmt in der Taktik. Kippie macht das jetzt bei jedem, damit alle schon mal angehettet sind. Tanzt! Ich bin immer noch bei Baba. Baba, wollen wir nochmal tanzen? Nee, ich will nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin eigentlich zu nah an dir. Oh, Marcel macht auch mit. Ich möchte Marcel etwa auch tanzen. Nee, oh, warte mal. Jetzt können wir gleich richtig tanzen. Dann tanzt du aber auch gleich. Baba, Chipbier. Das war ich nicht. Das war... Hä? Hä? Ja, wer war das jetzt? Chris, grüß den alle. Marcel ist das, Marcel? Aua und... Ah, warte! War das jetzt richtig? Ne, war nicht richtig. Na ja! Schön, Maren! Wieso? Rufst du meinen Namen? Warum nicht minus 8 Punkte, Alter? Baba hat Hyppie weggemacht. Hyppie rennt noch vor mir rum. Alter, die Melone war so scheiße. Ich treffe einfach nur Hyppie so halb. Ich hab minus 8 Punkte. Hast du einfach... Chris, hast du Hyppie und Baba einfach so weggehauen? Einfach mal so? Ich hab ja... Die Melone auf mich zu schießen hat nicht so geklappt. Dann hat... ...Marsich... Dann hat sie gesagt, Baba war's... Und dann kam ich mit der Neger. Und ich weiß nicht, wieso er das Bader Marcel erschossen hat. Weil ich überfordert mit der gesamten Station war. Und er nicht gesagt hat, ich hab ihn oder sowas, sondern einfach zu leise war. Fand ich nett vom Bader. Ja, ich... Fand ich jetzt auch nett. Fand ich jetzt auch nett. Ich war für den Neger ein bisschen zu weit weg, aber... Aber nice, ich hab minus 8 Punkte. Ja, verpiss dich, Alter, ich hab schon minus 8. Wo ist Hyppie denn? Alte Schlauze und verzieh dich. Ist Hyppie etwa da? Da ist der Hyppie! Och, komm, verpiss dich, Alter! Boah, Junge... Bei mir wahrscheinlich ist, dass ich nochmal Traitor bin. Alter, komm, verpiss dich! Hyppie, mir darfst du eigentlich weggehauen. Weiß ich nicht, ich hab einfach in die Menge geballert, als das Geballeruhr losging. Aber da ist Baba! Warte mal, ich hab Baba! Ich glaub, ich muss gleich jeden erschießen, Marek, Marek, der neben mir zu mir kommt. Neben mir zu dir. Och, ich schieß zurück. Aber Baba zieht... Pass auf! Das ist immer so, wenn ich zu Baba irgendwie renne oder so, ne, dann zieht der gleich immer die Melone. Okay, dann soll ich, dass du vielleicht weggehn. Echt, wo waren denn jetzt hier die Treppe? Ich guck grad sagen. Baba hat nicht auf dich geschossen. Der hat nur 89 Leben. Ja, Chris war's! Chris war's! Chris? Nein! Wo ist überhaupt Marcelis? Hat er jetzt auf mich geschossen? Nein, hat er nicht. Der hat auf Baba Fake-Schüsse gemacht. Fake-Schüsse? Ich wär grad immer... Ja, dann war's Barde, der ist so ruhig. Naja, Barde war hinter dir. Ne, Barde ist tot. Wo ist Marcel überhaupt? Ich seh den gar nicht mehr. Leon-Killer, ey. 007. Sorry. Oh Mann, ich weiß das... Oh Gott! Dass du mich gleich sowieso abschießen wirst. Nicht um diese Scheiß-Ecke. Nee, nee, nee. Komm, lass mal lieber. Nee, Baba, nee. Du stehst da mit der Melone. Okay, find ich gut. Na, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich steh da mit der Melone. Oh, Baba hat's zugegeben. Wir durften Baba einfach so jetzt killen. Hab ich ja auch gehört. Oh nein, da ist wieder Ma-Loi. Alles klar, hallo, Baba. Das ist minimal erschrocken. Nee, überhaupt nicht. Aber wo ist Marcel? Marcel? Ich glaub Marcel ist es. Oder Hyppie hat Marcel weggemacht. Was ich nicht glaub. Ja, gut. Marcel sagt nichts mehr. Wenn einer von uns ihn sieht, dann schießt. Oh, hallo. Hyppie, geh weg. Hyppie, geh wieder runter. Geh runter. Sofort. Nichts gemacht, Alter. Geh trotzdem runter. Noch wieder runter. Geh du auch. Ja, hopp. Los. Los. Ich sag, Hyppie ist es. Ja, hab ich auch so. Ja, Hyppie ist es, Melone. Ja, ihr battelt euch ja gerade. Hab ich gesehen. Baba ist übrigens gestorben. Ich war's nicht. Achso, und Hyppie war's übrigens. Für den, der es nicht bekommen hat. Was? Nein, gar nicht. Ah, Hyppie. Hör auf. Das ist böse. Was? Ich hab nichts gemacht. Sollst du doch nicht tun. Ich werde beschossen. Hilfe. Hallo. Ah. Verzieh dich. Hab Hyppie. Schön. Bade? Bade? Bade oder Marcel. Und, ähm, Bade ist bei mir. Aber der springt hier so gemütlich rum wieder. Ja, ich hab immer noch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Marcel wieder alles Und auch das mit. Jemand schießt auf mich. Aua. Also ich weiß nicht. Ja, von dem Standpunkt her aus könnte es glaube ich sogar nur Bade gewesen sein, weil Anderen irgendjemanden im Blick hatten. Aber war der nicht immer hinter euch eigentlich? Ich war die ganze Zeit hier so in der Nähe. Das ist meine Baumgruppe gewesen. Marcel. Marek schießt auf mich. Ich bin tot. Ah. Wow. Ich bin tot. Ja. Ja. Ja gut. Chris. Oder Bade macht euch. So hast du grad einen Innocenten gekillt? Ja. Und ich hab davor Hyppie gekillt. Ja. Chris schießt direkt auf mich. Das muss das nicht sein. Ja. Ein bisschen. Bade? Ja, ich leb noch. Nee, ich leb noch. Bade auch. Aber nicht mehr lange. Der ist ziemlich low. Aber ich auch. Ich hab Angst. Bade. Oh, nee, sorry, sorry. Der war aber... Der ist dann... Chris? Oh. Bade sind wir die Letzten. Nein. Da waren wieder unsere beiden Aim-Profis am Werk. Was soll ich machen mit einer Pistole? So zwei Sekunden braucht, bis sie wieder schießt. Die scheiß SG auch kacke ist. Also Marcel, entschuldig, dass ich dich weggehauen hab. Aber du sagst halt die ganze Zeit nichts mehr. Ja, klar. Ich betelte, wenn ich schneller weiß, wer der Traitor ist. Deswegen hab ich mich die ganze Zeit rausgehalten. Ich hab mich halt schon satt. Ja, und das macht dich etwas verdächtig, wenn du dich die ganze Zeit totstellst. Ich hab mich auch gewundert. Ja. Bade, wieso hast du nix zur Aufklärung gesagt? Welche Aufklärung? Das, was er noch lebt. Das wär viel netter von dir. Ja, das ist doch bestimmt ein Radar, oder nicht? Ja, ja, hatte ich. Aber wenn ihr das selbst rausfindet, wirkt das halt authentischer, ne? Ja, ja. Ja, ja. War und war und war und war schon mal. Ja, ja. Ich würde doch mal sagen können, dass Marcel kein Tread, das noch lebt. Bade. Hallo, Marcel. Hallo. Du hast dich sexy nose kop'n, aber? Ja! Okay, Marcel ist es, Marcel ist es. Ich hab gar nichts gemacht. Der will wieder einfach die sexy nose kop'n. Der Schuss war so edel. Hippie, 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 hippie. Total, weil es ja total nervig sexy war. Hippie, 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 immer noch hippie. Der riesig bleibt stehen, zoomt, schießt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und jeder dachte, ich hab wirklich zu viel lich erschossen. Ja, das stimmt leider. Warte mal ganz kurz. Ich bleib hier stehen. Oh nein, ich kaufe nicht. Immer noch, Hippie. Ah. Marik, warum stehst du? Ich glaub, Marik ist das. Ich glaub, er kauft gerade. Nee, Hippie. Ja, sorry. Aber, ich wurde gerade eingeladen zu einer Runde Counter Strike Global Offensive. Du hast abgesackt, ne? Hä? Marcel ist... Nee, du hast abgesackt. Auf jeden Fall. Netterweise. Sag nicht, wo ich bin, halt auf euch dein Maul. Selang du es weiß, ist alles okay. Okay. Wieso haben wir keinen Detektiv? Ich möchte eine goldene Diegel. Willst du was babbeln? Ja, ich weiß nicht. Du hast so angestrengt da in eine Richtung geguckt. Ich bin nämlich Baba erschossen. Aber ich bin runtergefallen. Minus 5 HP. Wow. 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 Ja, ich muss hier... Ja, ich muss hier... Ich muss hier... Chris, Chris, Chris. Schon längst wieder weg. Chris, Chris, Chris. Au, ey? Bade, 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 bade. Hippie, lebst du noch? Ich glaub, Hippie lebt. Marek war's. Du hast doch gar nicht. Marcel schießt... Au, wein. Bei ihm kamen Zweifelschlüssel. Komm weg. Jetzt hat Marcel mich zu angeguckt. Jetzt schieß Marcel weiter auf mich. Jetzt mach ich Marcel echt. Was? Wer ist der andere Traitor? Hast du jetzt Answer? Baba? Baba? Baba ist ein Tod. Baba ist ein Tod. Chris, hinter dir. Hinter dir. Mach dir mal. Wo ist denn der? Ja, wo er liegt. Du siehst ihn. Hier weg ist. Alter, ist das so ein Witz dein Game hier. Mal random. Schau nach, ob er innocent ist. Chris, schau nach. Marek, lebst du noch? Ja. Dann ist Chris der letzte Traitor und er verkackt richtig hart. Wieso? Weil Chris die Leiche unten nicht identifizieren will. Und läuft von mir weg. Chris ist der letzte Traitor, ich finde ihn aber nicht. Ich bin auf dem Sniper da oben. Okay. Warte mal. Chris? Chris? Marek, du Wichser. Hast du ihn mit dem Melden weggemacht, ne? Kleine Melone, bitte. Oh! Wo schießt er denn? Kann man etwa eine Melone kaufen als Traitor? Das wusste ich gar nicht. Boah, Alter. Marek hat Hyppie weggemacht. Interessiert keinen. Ich hab sogar die ganze Zeit zugegeben, weil Baba... Ich dachte, das hat jeder gehört eigentlich. Das war schon ein bisschen lame. Und Bade, warum hast du jetzt instant auf mich geschossen? Ja, weil der Sniper schoss fiel, Hyppie war tot und ich hab das damit verhunt. Ich geb dir nur eine Sniper, ganz viel. Ja, wenn du mich dann wegbekommst, dann nach. Aus deiner Richtung kann man rein. Bade, du weißt schon, dass ich das mit dem Sniper war, der auf Marek geschossen hat. Ich hab mich nicht mitbekommen. Aber ich war auch voll verwirrt. Ich denk so, hä, hast du denn jetzt Bade weggemacht? Ja, das dachte ich auch, ne? Ja, weil Bade auf mich gefallen hat. Ich war riesig verwirrt. Wenn du mich aber abhängst. Weil ich mein Radarzeig und auf zwei Gründe so, hä? Und dann schiebst du auf die... Na, Bade, minus völf. Bade, minus völf. Bade, minus völf. Bade, minus völf. Ich weiß aber nicht, wieso ich nur noch... Oh, kann ich einmal bitte... Ja, danke. Okay. Hyppie. Okay, war innocent vermutlich mal. Ja, Hyppie ist es auch. Ich such ihn gerade. Alter, Bade. Alter, Bade. Alter, Bade. Alter, Bade. Oh Gott. Baba? Rät noch. Ich auch. Ich auch. Dann Hyppie und Chris. Was war denn da, Chris? Such Hyppie, ich will nur Hyppie. Da hin liegt noch ne Leiche, da hin, ne die... What? Wer ist da? Dann nach wer das ist. Ja. Bin dabei. Ich hab aber Angst. Denn es Baba ist es, es ist Bade und Hyppie. Hä? Chris? Ja, H Baba ist es. Also es ist Bade und Hyppie. Warum bin ich das jetzt? Warum schießt du aufdreht auf mich? H Bade down. Ich schau nach. Wehe. Wehe. Wehe, der ist inno. Wehe. Ah, Mellon Launcher. Ja, gut. Warte, Wann Traitor. Hinter mir in dem Haus. In dem Haus. Bei mir unten an den Bäumen. What the fuck? Ich hab nichts gemacht. Chris, hast du den nicht trinken gehört? Nee. Nee, hat er nicht. Warum ist Bade jetzt weggemacht worden? Bade war gar nicht in Hyppies Näher eigentlich. Nein, nicht Hyppie, sondern Baba. Weil der... Ja, aber Hyppie hat mich gekillt. Ich hab halt nicht gesehen, wer auf mich geschossen hat. Nee, weil Bade gerade verwirrt war, wieso er jetzt weggemacht wurde. Welcher Schlussfolgerung. Ja. Also die Schlussfolgerung war für mich, Bade war die ganze Zeit bei Baba und Chris war am Zoom. Chris hab ich die ganze Zeit gesehen und Baba war auf einmal tot. Ja. Dann würde jeder von uns denken, dass es halt dann Bade war. Na ja, Hyppie. Ich hätte... Also sagen wir mal so, ich hätte es bestimmt auch so geschlussfolgert. Nur jetzt so als Spectator war es echt eigentlich echt komplett falsch. Aber ich hätte es auch so geschlussfolgert. Also von daher. Boah. Nicht einmal. Baba ist es. Hyppie 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 Hyppie. Ja, du bist ja Proven, ne? Ne, nicht Proven, sondern Eno. Wieso hast du auch Proven? Ja, ich will Proven. Alter, halt die Scheiße. Warte, bist du auch Proven? Ich will Proven. Sind alle Proven? Ich bin Proven. Ich bin Proven. Ne, Marcel ist denn die Proven? Also ich hab Marika gesehen. War ich schiefst? Nein, okay, ich geb's zu. Ich bin Trader-Kollege mit Marcel. Ja. Nein! Ich bin doch nicht Proven. Tut mir leid, Bade. Echt nicht? Aber sind wir trotzdem Freunde? Ich hab dich gesehen, als du gesagt hast, du bist Proven. Ich hab dich verschossen. Ja, ich war's nicht. Wird trotzdem Freunde. Wird trotzdem Freunde. Wird trotzdem Freunde. Ich war ja nicht. Es kam von Dahil. Äh, Marci war's, Marci war's. Pass auf Friendship, pass auf Friendship. Pass auf Friendship. Hä? Ich wusste Marcel ist Friendship. Ich wusste Marcel ist Friendship. Oben beim Spawn. Oben beim Spawn. Marek, ich vertrau dir komischerweise. Oh, rechts, rechts, rechts davon. Ja, nö. Ich geh, dass man nicht geht. Ach, das ist grad gestorben. Marek rechts oben. Rechts oben? Ja, warte mal. Ja. Ich glaub, er hat sich grad wegteleportiert. Ne, hat er nicht. Kannst du mal den Silentl lassen? Nein, hinter dem Baumstumpf. Vor, vor, rechts. Häh? Marek! 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 Marek tut! Marek! 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 Marcel und Hippie wirklich Traitor werden, das wäre so witzig. Marcel, bist du proven? Ne, ist er nicht. Und der ist wieder ruhig, also... Oh, warte, ich will jetzt aktivieren. Ah, hier liegt eine Leiche, lol! Warte mal, warte mal. Äh... Mal... Okay. Also Marcel ist proven... Okay. Also Marcel ist proven. Ich bin aber noch proven. Maaan. Ist Chris jetzt Traitor? Ne, Marcel ist jetzt ja proven. Und jetzt... äh... Ich hab nur geschaut, ob er da in diesem Wasser ist. Hä? Ob wer wohl in dem Wasser ist? Ja, Marcel. Aber... Ne, gut, ich... Du bist doch tot! Ja, ich dachte, man könnte... Ja, Fake-Gleiche. Ja, dachte ich, dass man auch in der Innen-Fake-Gleiche machen kann. Kann es sein? Ja, kannst du auch. Ja, Mann, aber dann wird oben angezeigt, dass irgendwer die identifiziert hat. Bei mir wurde angezeigt, Chris hat die identifiziert. Ja, bei mir auch. Fragschipp auf mich, hallo! Äh... Und schon wieder richtig verkackt. Der sitzt aber schön an der Wand drin, muss ich sagen. Also der leuchtet so gut. Bade? 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 Theoretisch hätte dir das alle sein können. Ich sag Bade ist einer. Ja, also ich hab Bade jetzt gerade gesehen, aber... Aber wer hat Marcel weggemacht? Das kann auch... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er den nicht abgefeuert hat. Bade oder Chris. Oder beide. Oder alle. Ich war bei Marcel gerade. Und warum ist Marek das nicht? Hallo, weil ich von Anfang an Traitor bin, ja? Hallo, beschuldigst du mich wohl nicht? Aber... Ich bin unschuldig. Also Hyppie ist Traitor, das ist klar. Ja, echt mal. Ja, Hyppie ist Traitor, das wissen wir ja schon. Eben, seit Anfang der Runde schon. Ja, ja. Deswegen hab ich auch schon so viele Leute getötet. Ja, ja, fänd ja ein. Eben, mindestens einer hast du ja. Baba, ich komm mal hoch. Nein, kommst du nicht. Nein, kommst du nicht. Nein, kommst du nicht. Ich will nur was testen. Nein, kommst du nicht. Ich mach dich weg, wenn du hochkommst. Was machst du? Du machst mich weg? Also wenn ich tot bin, ist es Baba. Baba, ich tötet dich. Ich mach dich weg. Ich hab's dir gesagt. Geh runter. Ist Baba puren? Chris ist runtergeflogen. Wow. Chris ist tot. Also ist Baba da. Oh, das ist Baba. Oh. Also Baba und Hyppie. Hallo, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Mann, voll anderem. Nein. Boah, Junge. Also der eine, der es nicht ist, sollte auf alles schießen, was um ihn rum ist. Ich schieße auf dich. Das ist das Einzige, was mir jetzt inzwischen klar ist. Also im Moment schieße ich auch nur auf dich. Okay. Dann schieße ich wohl auf Bade und Marek. Ja. Das war jetzt ein Fortschnitt. Bade. Cool. Marek tot? Marek tot. Nein, aber nicht. Was war das denn? Nein, aber nicht. Ah, Marek tot. Wow. Okay, dann ist es Bade. Nein. Du hast doch, Baba, du hast Marek getötet, oder? Ja. Das ist Bade. Warum bin ich das jetzt? Weil ich schon von Anfang an Traitor bin. Moment. Ich würde dann fast überhaupt nach der Schlussfolgerung des Tutas. Nee, ich bin halt aber nicht. Aber du kannst mir vertrauen. Echt? Vertraue ich dir. Junge, ich habe dich nicht mal gesehen, Baba, wo du mir den Headshot danach gegeben hast. Ja, ich habe ein No-Scope um den Baum rum. So, wanted-Style. Toll, weißt du was? Und Leute, bei Countess-Vergleich lämst du für sowas, ne? Ja, einfach abgeschossen. Aber selbst so, Lucky. Bin so gut. Da kommen sie immer alle an. Ich bin ja geil. Komm rein, wir weiterspielen, war der Schießling. Ja, du schießt da einfach rum und auf einmal bewegst du dich und dann schieße ich. Das war so ein... Zufall. Aber warum schießt man sofort auf Marek? Weil einer von euch das sein musste. Das ist halt auch noch Rüppi und Bade sein, Künst. Ja, aber ihr habt euch gegenseitig angekackt. Oh Gott, komm schon. Also Bade und Hüppi haben sich die ganze Zeit gegenseitig angekackt, dass es sind. Deswegen dachte ich irgendwie Bade und Marek. Ich habe Bade aber auch immer auf das beschuldigt. Davon mal abgesehen. Na, ich bin einfach ein Schächer. Ah, jetzt wird es wieder dunkel, ey. Also ich würde sagen, ab jetzt kein Unsichtbar-Mach-Scheiß. Unsichtbar! Chris, schieß doch nicht. Ey, du bist tot, Mann. Nee, Hüppi, Hüppi, nein. Bade? Es geht. Okay, also Chris, es ist es. Möglich? Ja, also Bade sagt nichts mehr und... Ich habe gesagt, Bade ist tot. Und ich mache jetzt Chris weg, wenn ich ihn sehe. Bade, hörst du mich? Bade, Bade, Bade. Mach ich auch. Bade? Dann mache ich euch beide weg, wenn ich weiß. Ah, hab ich euch geschossen mit der Sniper. Dann war's, ne, gut. Du musst Schiff drücken, damit wir beide reden können. Dass sich jeder was halten kann. Marcel hat das nach. Marcel, leg dich mal ein bisschen. Ja, und du hast eine Waffe. Mach Marcel, ich leg dich mal ein bisschen. Was? Hüppi, Braindex, oder was? Ja, irgendwie schon. Hinlegen. Die Waffe. Warum? Marcel ist es. Wir wissen, wie viel Schuss da drin sind. Ja, die kann er auch nicht nachladen, oder so. Ja, aber nicht in der Ecke. Okay. Maximal Stand-Off, Jona. Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, also auf mich wurde übrigens schon mal geschossen. Also entweder ist es Abba oder Hyppi. Ja, auf mich wurde auch schon mal geschossen, übrigens. Wenn du... What? Auch schon mal geschossen, Jona. Und die Hüppi war die ganze Zeit... Moment, war Hyppi die ganze Zeit unter mir? Was gesagt? Nein. Ich komme gerade angelaufen. Ich bin gerade angelaufen. Von dieser Baumruppe. Ach gut, dann ist das Bade also. Warum? Ja, ich dachte, du wärst die ganze Zeit neben mir gewesen. Ja, hier war ich auch nicht. Marek, ich will... Ratchet Beam! Fuck! Ja, der war schon wieder in meiner Nähe hier. Äh, der... Marek, ja. Hätte Marcel wirklich sein können, aber muss nicht sein. Hyppi kam gerade so aus einer Richtung, wo der herkommen konnte. Hyppi, was hat das... Oh, cool. Hyppi, auf Chris. Auf Chris und... Doch, irgendjemand war da. Ähm, Barber. Was selber auch da? Ja. Das war ein... Du stehst hinter mir. Ach, und Wala, warum hast du gerade was anderes in der Hand gehabt? Ja. Ich hab der Weifel in der Hand. Alter, Hyppi schießt auf mich. Jetzt, wenn ich den Helm bekomme. Warte, ich muss mal kurz nachladen. Ja, da liegt der. Machst du den medifizieren, Bade? Ja, mach ich. Warte. Oh Gott. Also ist... Barber und Marcel... Ja, so, dann ist schon. Ich bin gelufen. Nein, ich hab nicht geschossen. Was willst du denn? Alter, es gibt keinen... Boah, Alter, Marcel, was war das denn? Hör auf mit dem Ingame-Chat, der ist kacke. Es gibt gar keinen Grund, dass ich es war. Gar keinen. Und ich werde sofort weggemacht. Das ist totale Scheiße, weil es keinen Grund gibt. Wie ist Baba gerade überhaupt gestorben? Ich bin runtergefallen, weil ich mich retten wollte. Also, weil Hyppi halt... Weil ich das Ding aktiviert habe, um dir Zeit zu verschaffen. Aber es gab keinen Grund, dass ich es war. Gar keinen. Doch. Bade war bei Marek. Ja, der war die ganze Zeit halt bei mir. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall keinen Friendship-Game gemacht habe. Ich habe auf niemanden... Ich habe den Friendship-Game gemacht. Ich habe auch auf dich geschossen. Es gab zwei Friendship-Games. Einer auf Chris und einer... Und eine, die wir von wollen, hätte noch jemand von euch machen können. Und die begabt für mich... Nein, pass auf. Ich habe Bar die ganze Zeit gesehen. Baba hat Hyppi konfirmed. Baba ist runtergefallen. Das heißt, Baba war es für mich, Bade war es für mich nicht. Chris war tot. Wusste ich. So. Deswegen warst du es dann für mich. Hyppi, dein Einsatz. Ja, ja. Ja, das ist halt so. Eine Runde wurde auch falsch geschlossen, Volker. Da hast du mich gekillt. Da ist einer gestorben. Da ist ein Melone gleich am Baum. Wer war es? Wer war es? Marcel, Marcel. Marcel. Das bin sich schon wieder nicht... Ja, natürlich. Jetzt red dich nicht raus. Komm, lass dich töten. Alter. Ja, wo bist du? Töte mich. Komm hoch zum Stein. Warte. Hyppi, die ganze Zeit. Hyppi. Melone, Melone von Hyppi. Loil. Von wo? Loil. Ich sehe nichts. Fade war es nicht, aber Marcel... Ja gut, Marcel muss es sein, eigentlich. Marcel und Hyppi. Hyppi ist bei mir. Ich weiß nicht. Hab ich ihn, Fade? Schön. So, letztes. Marcel. Marcel! Wo bist du? Komm her. Mach! So, nur noch wir beide? Sieht so aus. Malik hat gleich die Melone in die Fresse geschmissen. Italy Stand Off, oder wie heißt das noch? Ich muss sagen, ich hab keine Muni mehr. Geh weg. Find ich gut. Noll. Nein. Du bist so gut. Alter, und ich wollte Bader schon flame, Alter, was der da gemacht hat. Der Hock da hat eine Scheiß-Trap und Bader ist genau hinter ihm, aber sieht die ihm nicht. Ja, ja, und jetzt nochmal wegen dem Traitor-Chat da, das ist... das war übel scheiße. Was ist denn scheiße? Diesen Traitor-Chat, du kannst ja Sprach-Chat als Traitor machen mit dem anderen Traitor. Das ist... eigentlich ziemlich behindert. Weil ich hab nichts mehr gerafft, was gesagt wurde im TS. Und ich konnte auch nicht antworten. Du siehst mich doch oben links reden, wenn ich... Ja, natürlich... ja, na, eben, klar. Aber ich kann mich doch nicht muten. Natürlich. Ich hab ein Bein dafür. Ja, ich nicht. Oh, ja, natürlich nicht, Alter. Ich will kein Traitor-Chat mehr im Bubble. Das nervt aber trotzdem. Das war so laut, ich hab nichts anderes mehr gehört. So nicht laut? Doch, bei mir ist Marcel U-Betrieben laut gewesen. Hä? Ist das laut? Alter, wurde du gerade auf mich geschossen? Ja, bei mir geht's. Ich hab nichts gehört. Geht, ne? Warte mal, Hippie, warst du vorher nicht Traitor? Warte mal. Hä? Was? Hippie und Marcel waren es gerade, hä? Ja, was... Was ist denn jetzt wieder verkehrt, Mann? Nein, ich meinte, was Baba vorhin meinte mit dem Traitor-Reden-Schein. Davor die Runde. Marcel hat mir irgendwas erzählt und meinte dann, ja, die ganze Zeit war der Antwort oder eigentlich mal. Nein, ich meinte, weil er zwei Runden später... Und das jetzt ankommt. Ja, weil ich dann schon tot war. Wo ich das sagen wollte. Nö, wie heißt das Ding? Nö, 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 Nö. Boah, das fährt das... What? Äh, was war das? Melone hinten bei Wasserfall. Hippie läuft davon weg. Hippie läuft von da weg. Ja, natürlich darf ich davon weg. Warte mal, da war's Grimpf, da war's... Hier ist nicht mal eine Leiche. Hier ist nicht mal eine Leiche. Ja, da... Hä? Was war das? Das ist... Wo ist er da? Und niemand ist angeschossen worden. Na, außerdem war... Nö, warte mal. Hippie und... Hippie hat grad Marek gekillt. Ich hab Hippie gekillt. Ja, Baba ist... Dann kannst... Bade lebst du noch? Nee, ich lebe noch. Chris oder Bade? Oder Marcel. Er hat vorhin nochmal Bade gesagt? Oh, ich war gewechselt. Ja, dann... Ja, wer hat denn Marek getötet? Weil Marek ist ja tot. Dann war's Chris gewesen sein. Nein, Hippie hat doch Marek getötet. Hippie hat... Hippie hat Marek weggemacht. Ich hab... Äh, B weggemacht. Also... Aber... Wir sind wie der Bade, oder Chris? Und du bist aus deiner Sicht? Meinst du jetzt, oder was? Ja, ja. Ja. Also sind wir zu dritt. Also quasi. Quasi sind wir zu dritt, ja. Ihr könnt euch ja mal in den Kreis stellen. Und dann drückt der gleichzeitig ab. Und dann... Mal gucken, wer das Netzler stehen bleibt. Das klingt gar nicht so... Schlau. Also, wo bist du grad eigentlich? Das sag ich dir nicht. Ich bin Chris nicht mehr. Also Bade ist ganz oben rechts. Danke, Marcel. Gidee. Warte, ich hab dich schon gesehen. Ich weiß es. Bade, 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 bade. Chris schießt. Boah, hab ich mich grad erschrocken. Chris schieß gar nicht zurück, wenn ich schieß. Nein, tu ich auch nicht. Dafür mach'n cooles Battle. Nein. Ich will nicht, dass Marcel ein leichtes Spiel hat. Aber Marcel steht da immer noch auf seiner Pose, oder? Ja. Ja. Ja, der snipet, glaub' ich, ein bisschen rum. Nachher. Chris läuft weg, kriegt'n Wasserfall, bade immer noch ganz oben. Interessiert einen, ne? Ba... Baba? Ja. Du lebst noch. Chris immer noch hinten, Chris sitzt... Nee, Bade... Was? Warte mal. Wir sind bei... Ich... Bade ist bei mir, ja. Hä? Chris ganz oben rechts jetzt, Bade in der Mitte bei dem Stein. Läuft nach links. Mittlere Etage, Chris ganz oben rechts alleine, Bade mittlere Etage ganz links alleine. Bade kommt auf mich zu, Chris ganz oben, Mitte. Ich spiel's Kommentator. Oh, Bade springt hin und her. Spannender Kampf, er springt, er springt, er springt, oh, er ist um die Ecke verschwunden. Wo ist Chris? Chris, Chris! Oh Gott, Chris kommt hinter Bade! Wird Bade ihn sehen? Wird Bade ihn sehen? Chris und Bade in einer Linie! Wer wird gewinnen? Irgendwer schießt auf den anderen. Warte mal. Irgendwer hat ihn erschossen. Einer von beiden lebt noch, weiß er nicht, wer. Chris lebt noch, Bade ist tot. Der Bade lebt doch auch noch. Was? Toll. Wow. Ich habe ihn gekleben gelassen. Warte, ich muss meinen Bildschirm mal von Rotz abwischen. Er kauft. Ey. Toll. Ist das dein Ernst, Marcel? Die behinderte Stimmen, Alter. Die ganze Zeit über Random Kills heulen und dann sowas. Was war denn? Ich habe mit Anu gerade mein Bildschirm abgewischt. Natürlich sage ich nächstes Mal auch, dass ich mir ein Bildschirm abwische, Alter. Wie behindert bin ich denn? Ich weiß auch, dass du da oben stehst. Du bist der, der die ganze Zeit über Random Kills klar warst und machst selbst Dutzende, Alter. Nein, ich finde das fast Barbara da hat und sich gut an. Ich finde das so lächerlich. Ja! Guardare alldато. Ming, l巷. Dieおいhe ich. Ja! Ja!